Hallo und schön, dass du da bist. Ich bin Rico. Märchen sind toll. In der heutigen Märchensammlung gibt es neun Märchen, bei denen die Autoren unbekannt sind. Einige Erzählungen kommen dir sicher bekannt vor, wenn du gerne Märchen hörst, da sie ähnlich von anderen Autoren erzählt wurden. Andere hingegen sind dir vielleicht ganz neu, wie das Wunderschiff oder Flashline tu deine Pflicht. Wie dem auch sei, ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Der Drachentöter Es war einmal ein König. Der hatte drei Söhne. Als sie erwachsen waren, ließ er ihnen kostbare Gewänder anfertigen, gab jedem einen schön verzierten Gürteldolch und ein gutes Schwert in die Hand und sprach. Nun reist hinaus in die Welt, seht euch überall wohl um und versucht euer Glück. Dazu waren die drei Brüder gleich bereit, nahmen Abschied von ihrem alten Vater und zogen zum Tor hinaus. Als sie ein gutes Stück gewandert waren, kamen sie zu einer großen Tanne. Da beschlossen sie sich zu trennen. Wir wollen unsere Dolche in diese Tanne stecken, sagte der Älteste. Kommt einer von uns zu irgendeiner Zeit wieder einmal hier vorbei, so mag er an ihnen erkennen, ob wir noch am Leben oder ob wir gestorben sind, und dies wird das Zeichen sein. Wessen Dolch einen Rostfleck zeigt, der ist tot und wird die Heimat seiner Väter nie mehr wiedersehen. Sie stießen also die blanken Klingen tief in den Baum. Dann ging der eine zur rechten, der andere zur linken. Der jüngste aber zog geradeaus und kam bald in einen großen, finsteren Wald. Wie er nun so allein zwischen den dunklen Tannen dahin ging, kam ihm mit einem Mal ein Bär entgegen. Ohne langes Besinnen griff er nach seinem Schwert und wollte ihm auf den Pelz rücken. Der Bär aber rief. Töte mich nicht, es wird dein Glück sein. Trottete freundlich und zutraulich heran und begleitete den Königssohn durch den Wald. Als er wieder eine Strecke gewandert war, kam plötzlich ein großer, wilder Wolf dahergesprungen. Im nächsten Augenblick schon schwang der Prinz sein Schwert, stellte sich ihm in den Weg und wollte ihn erschlagen. Der Wolf aber rief. Töte mich nicht, es wird dein Glück sein. Da ließ er auch ihn am Leben und nun zog der Wolf mit dem Bären hinter ihm her. Es dauerte nicht lange, da stand, wie aus der Erde gewachsen, ein mächtiger Löwe vor ihm und fletschte die Zähne. Dem Königssohn fuhr geschwind der Schreck in die Glieder. Dann aber zog er blitzschnell sein Schwert, um es ihm in den Rachen zu stoßen. Weil aber der Löwe sagte, Töte mich nicht, es wird dein Glück sein. Schenkte er auch ihm das Leben. Nun zog auch der Löwe mit dem Wolf und dem Bären hinter ihm her, und alle drei Tiere wichen nicht mehr von ihm. Lange Zeit wanderte der Prinz mit seinen Begleitern durch den Wald, ohne einem Menschen zu begegnen. Endlich sah er in der Ferne eine Stadt. Da schritt er munter voran und zog bald darauf mit seinen Tieren durch das Tor ein. Doch seltsam. Alle Häuser waren mit schwarzem Flor behangen, und die Menschen gingen stumm und traurig durch die Straßen. Da fragte der Prinz, was denn der Stadt widerfahren sei. Ach, erzählten ihm da die Leute. Auf dem Berg dort, wo die Kapelle steht, haust ein siebenköpfiger Drache. Dem muss man jeden Tag ein unschuldiges Mädchen zum Fressen bringen, sonst ist vor ihm niemand seines Lebens sicher. Ja, nun aber soll ihm morgen die einzige Tochter des Königs ausgeliefert werden, und darum ist die Stadt in so tiefer Trauer. Das verstehe ich wohl, meinte der Prinz. Aber ist denn gar keine Rettung möglich? Ja, das fragen wir auch, lieber Herr, sagten sie. Der König hat wohl schon lange im ganzen Lande bekannt machen lassen, dass er dem Drachentöter die schöne Prinzessin zur Frau geben wolle. Doch bis heute hat sich keiner gefunden, der den Kampf mit dem Ungeheuer wagen will. Der Prinz hörte sich alles genau an und dachte, wenn du den Drachen erlegen und die schöne Königstochter gewinnen könntest, vielleicht würden dir die drei Tiere helfen? Und er nahm sich vor, den Kampf gegen den Drachen zu versuchen. Am anderen Morgen, als die Sonne aufging, gürtete er sich sein Schwert um und stieg auf den Drachenberg, von seinen treuen Tieren begleitet. Als er zu der Kapelle kam, ging die Prinzessin gerade hinein, um zu beten. Sie war so jung und schön, dass er wie gebannt stehen blieb und ihr nachschaute. Da wurde er plötzlich durch ein fürchterliches Brüllen und Fauchen aufgeschreckt, und aus der Felsschlucht hervor stürzte der siebenköpfige Drache ungestüm auf ihn ein. Der Bär, der Wolf und der Löwe warfen sich wütend auf das Untier, und jeder riss und biss ihm zwei Köpfe ab. Der siebente Kopf aber, der schrecklichste und gefährlichste von allen, fiel unter dem scharfen Schwert des Prinzen in den Sand. Lang ausgestreckt lag der tote Drache in seinem Blute. Da trat die Prinzessin aus der Kapelle, ihrem Retter zu danken. Sie nahm die goldene Kette, die sie bisher selber getragen, zerteilte sie und legte jedem der Tiere ein Stück davon um den Hals. Zu dem Prinzen aber sagte sie, Ich danke dir von Herzen, du tapferer Mann. Du hast mich vom Tode errettet, und dafür will ich dir für mein ganzes Leben als deine liebe und treue Frau gehören. Nun aber komm zu meinem Vater. Es kann noch nicht sein, liebe Prinzessin, sagte er. Ich muss mich zuerst noch eine Weile in der Welt umsehen. Heute übers Jahr, aber komme ich wieder, und dann wollen wir Hochzeit halten. Darauf schnitt er aus den sieben Drachenköpfen die Zungen heraus, wickelte sie in ein seidenes Tuch und steckte sie in die Tasche. Dann nahm er Abschied von seiner Braut und zog mit seinen getreuen Tieren auf gut Glück in die weite Welt hinaus. Als der Prinz ihren Blicken in der Ferne entschwunden war, stieg die Prinzessin in die Kutsche, die am Fuße des Berges wartete, um sich nach Hause fahren zu lassen. Der Kutscher fuhr aber erst ab, nachdem er die sieben Drachenköpfe zu sich auf den Wagen geladen hatte. Und wie sie unterwegs durch einen dunklen Wald kamen, hielt er plötzlich die Pferde an und sagte zu der Prinzessin, So, nun sind wir allein und keiner ist da, der dir helfen könnte. Sage zum König, ich hätte den Drachen getötet. Versprich es mir, oder du musst auf der Stelle sterben. Was konnte da die Prinzessin anderes tun, als zustimmen, wenn ihr das Leben lieb war? Als sie im Schloss ankamen, wies der Kutscher dem König die sieben Drachenköpfe vor, verlangte die Prinzessin zur Frau und wollte, dass die Hochzeit gleich am anderen Tage stattfinden sollte. Der König, der sein Wort halten wollte, war damit einig. Die Prinzessin aber brachte es unter allerlei Vorwänden fertig, dass die Hochzeit immer wieder aufgeschoben wurde. Ein ganzes Jahr lang trieb sie es so, dann aber musste sie dem Drängen des Kutschers doch nachgeben. Sie tat es auch scheinbar willig, weil sie hoffte, dass der rechte Bräutigam sich nun bald einfinden werde, so wie er es ihr versprochen hatte. Und richtig, als das Jahr bald um war, hatte der Prinz sich genug in der Welt umgesehen und die Heimreise angetreten. Als gerade noch ein einziger Tag an dem Jahr fehlte, kam er in der Stadt an und war erstaunt darüber, wie lustig und lebendig es überall zuging. Er kehrte in einem Wirtshaus ein, fragte den Wirt, ob er hier übernachten könne und fügte so beiläufig hinzu, »Was geht denn hier vor? Vor einem Jahr war die Stadt mit Trauerflor behangen und die Leute gingen stumm und traurig umher. Heute dagegen sehe ich überall fröhliche Gesichter und die Stadt ist wie zu einem Fest geschmückt.« »Ihr habt's erraten«, antwortete der Wirt und erzählte ihm, dass morgen die Königstochter Hochzeithalte mit dem Kutscher, der sie vor einem Jahr aus den Klauen des Drachen errettet habe. »So, so«, sagte der Prinz, trank sein Glas leer und begab sich in seine Schlafkammer hinauf. Am anderen Tag, während Roben im Schloss das Hochzeitsmahl im Gange war, saß der Prinz, als Jäger verkleidet, mit dem Wirt in der Schangstube. Sie sprachen von der schönen Prinzessin und dem Drachentöter und dem prachtvollen Fest, und dabei sagte der Prinz, »Herr Wirt, holt mir doch auch einen Krug von dem Wein, den die Braut im Schlosse trinkt.« »Das kann ich nicht, Herr«, antwortete der Wirt. »Dann muss ich halt meinen Wolf hinschicken«, meinte der Prinz, rief den Wolf zu sich und sagte, »Geh zu der Prinzessin ins Schloss und sage, dein Herr lasse um einen Krug von dem Wein bitten, den sie selbst trinke.« Es dauerte nicht lange und der Wolf kam mit dem Krug angesprungen. Da konnte der Wirt sich nicht genug wundern, saß nur da und sah den Fremden an und schüttelte den Kopf. »So, jetzt will ich auch von dem Braten haben, den die Braut isst«, sprach der Prinz und schickte den Bären aufs Schloss, und der brachte wahrhaftig nach einer Weile ein Stück vom allerbesten Braten. »Nun fehlt bloß noch ein Stück von dem Brot, das die Prinzessin isst«, sagte der Prinz und schickte den Löwen hin. Der kam nach kurzer Zeit mit einem großen Stück Brot im Maul angetrottet. Die Prinzessin aber, die an der Hochzeitstafel saß, hatte die Tiere erkannt und wusste wohl, wer ihr Herr war. Darum gab sie ihnen auch alles, was sie forderten, von Herzen gerne. Der König hatte die sonderbaren Besucher mit Staunen beobachtet, nahm endlich seine Tochter beiseite und sprach, »Nun sage mir doch einmal, meine liebe Tochter, was hast du eigentlich mit diesen wilden Tieren im Sinn?« Da erzählte die Prinzessin ihrem Vater alles, so wie es sich zugetragen hatte, und gestand ihm zuletzt, dass der wahre Drachentöter nun da sei, und dass sie den und keinen anderen heiraten werde. Der König schickte sogleich einen Boten in das Wirtshaus und ließ den Herrn, dem die drei wilden Tiere gehörten, zur Tafel laden. Als die Hochzeitsgäste nun alle genug gegessen und getrunken hatten und noch eine Weile so recht vergnügt beisammen saßen, sagte der König, »Wir wollen uns zur Unterhaltung ein wenig erzählen. Und wer wird mir mehr erzählen können als der Drachentöter und unser lieber Gast, der Jäger, der heute erst von einer weiten Reise zurückkehrte? Beginne also, Freund Drachentöter!« Da ließ der falsche Drachentöter die sieben Drachenköpfe auf den Tisch legen und berichtete mit vielen aufgeblähten Worten, wie er sie damals im Kampf dem Untier abgeschlagen habe. Und alle, die von dem bösen Betrug nichts wussten und den Kutscher für den Drachentöter hielten, bewunderten ihn und spendeten ihm Lob über Lob. Der König aber verzog keine Miene und sagte nur, »Nun denn, Herr Jäger, erzählt einmal von euren Abenteuern!« Der erhob sich, verbeugte sich höflich und gestand zum Ersten, dass er kein Jäger, sondern ein Prinz sei. Dann schilderte er getreulich, auf welch eigentümliche Weise er zu den treuen Tieren gekommen sei und wie sie geholfen hätten, einen siebenköpfigen Drachen zu überwinden und eine Königstochter vom sicheren Tode zu erretten. »Und welch ein Zufall!« sagte er. »Gerade heute vor einem Jahr und nah bei dieser Stadt hat sich all das zugetragen. Auch die Drachenköpfe hier kommen mir so bekannt vor, als ob ich sie schon einmal gesehen hätte. Nur will mir scheinen, haben sie keine Zunge im Maul, was doch sonst gewiss bei allen Tieren der Fall ist.« Da erhob sich der König und rief, »Diener, öffnet die Drachenmäuler!« Und richtig, in keinem von allen sieben war eine Zunge zu entdecken. »Wo sind die Zungenkutscher?« stellte der König den falschen Mann zur Rede. »Da müsst ihr nicht den da, sondern mich fragen, Herr König!« entgegnete der Prinz. »Hier sind sie!« Und dabei wickelte er die sieben Zungen aus dem seidenen Tuch. Und siehe, sie passten genau auf die abgeschnittenen Enden in den Rachen der Drachenköpfe. »Und nun, edle Prinzessin?« wandte sich der Prinz an die Königstochter. »Kennt ihr vielleicht die goldene Kette am Hals meiner Tiere?« »Oh, gewiss«, sagte sie. »Die kenne ich gut. Ich selbst habe sie ja deinen Tieren umgehängt, weil sie dir so treu und tapfer im Kampf gegen den Drachen beigestanden haben.« Nun wusste der König gewiss, dass der Prinz der wahre Drachentöter, der Kutscher aber ein arglistiger Betrüger war. In der gleichen Stunde noch wurde der Falsche dem Henker übergeben. Der Prinz und die Prinzessin aber hielten Hochzeit und lebten nach des alten Königs Tod noch lange Jahre in Glück und Freude als König und Königin. Was aus den beiden Brüdern des Königs geworden ist? Niemand weiß, ob sie heimgekehrt sind oder heute noch in der Welt umherwandern. Wenn ich aber an die große Tanne komme, will ich doch nachsehen, ob sie noch am Leben sind oder ob die blanken Klingen Rostflecke bekommen haben. König Meerfahrer Es war einmal ein König, der wurde überall nur König Meerfahrer genannt, weil er ein halbes Leben lang auf allen Meeren gefahren war. Nun war er in sein Land zurückgekehrt und trug sich mit dem Gedanken zu heiraten. Da träumte ihm drei Nächte hintereinander, er solle ein armes Mädchen, das keinen Kreuzer Geld besitze, zur Frau nehmen. Als er am Morgen nach dem ersten Traum erwachte, schüttelte er den Kopf und lachte darüber. Was für unmögliches Zeug doch einer träumen kann, sagte er vor sich hin und ging an seine Regierungsgeschäfte. Wie aber der Traum sich dreimal wiederholte, nahm er ihn für ein Zeichen und sann lange darüber nach. Endlich dachte er bei sich, wenn ich auch ein König bin, so könnte ich doch mit einer armen Frau glücklich werden, wenn sie sonst nur lieb und brav ist. Am anderen Tage schon begab er sich auf die Reise, um sich in der Welt umzusehen und die richtige Frau für sich auszusuchen. Er war schon eine gute Weile unterwegs, da kam er eines Abends in ein fremdes Dorf. Weil aber im Wirtshaus kein Platz mehr war, musste er bei einem armen Schuster übernachten. Wie er da so in der niedrigen Stube saß, rief der Meister seine Tochter herein, dem vornehmen Gast das Nachtessen und hernach das Bett zu richten. Das Mädchen war jung und hübsch und gab auch dem König auf alle Fragen so gute und verständige Antworten, dass es ihm von Herzen wohlgefiel. Und so geschah es, dass er noch am selben Abend den Schuster bat, er möge ihm seine Tochter zur Frau geben. Der arme Schuster glaubte, der König wolle ihm zum Besten haben. Darum sagte er, Herr König, ihr solltet über meine Armut nicht spotten. Mein Kind ist zwar brav und gut, aber ich weiß recht wohl, dass ihm alles fehlt, was die Frau eines Königs besitzen muss. Aber der König blieb mit allem Ernst dabei. Keine andere als seine Tochter müsse seine Gemahlin werden. Da sagte der Schuster, Nun, so will ich nichts dagegen haben. Das weitere müsst ihr mit meiner Tochter selbst ausmachen. Am anderen Morgen traf der König die Schustertochter allein im Garten an, gestand ihr seine Liebe und versprach ihr, sie sein Leben lang in treuen Lieb zu haben. Sie errötete und senkte den Blick zu Boden und konnte es fast nicht glauben, dass der König ein so armes Mädchen wie sie zu seiner Frau machen wolle. Als sie aber merkte, wie ernst es ihm mit seiner Bitte war, sagte sie von Herzen, Ja. Bald darauf wurde die Hochzeit gefeiert und die beiden waren glücklich miteinander. Obwohl im Schlosse auch noch die alte Mutter des Königs wohnte, die eine unleidige und finstere Frau war. Sie waren aber noch kein halbes Jahr verheiratet, da brach ein Krieg aus und der König musste an der Spitze seines Heeres gegen die Feinde ziehen, weit bis an die Grenzen seines Landes. Mehrere Monate war er nun schon von zu Hause fort. Da gebar eines Tages seine Frau drei wunderschöne Kinder, zwei Buben und ein Mädchen, und jedes hatte ein kleines, goldenes Kreuz als Mahl auf der Schulter. Die Mutter des Königs aber, die böse, hochmütige Frau, konnte die junge Königin nicht leiden, weil sie so arm und von so niedrer Herkunft war. Deshalb nahm sie ihr gleich nach der Geburt die drei Kinder weg und schrieb dem König in einem Brief, seine Frau müsse eine Hexe sein, denn sie habe drei Hunde geboren. Darüber wurde der König sehr zornig und schrieb seiner Mutter zurück, sie solle die drei Hunde ins Wasser werfen und seine Frau so lange in den tiefen Turm einsperren lassen, bis er aus dem Krieg zurückkomme. Diesen Auftrag führte die Alte mit Freuden aus. Die Königin wurde in den Kerker geworfen und bekam jeden Tag nur Wasser und Brot. Die drei Kinder aber ließ das böse Weib in ein Fass einschließen und so in den nahen Fluss werfen. Das Fass sank jedoch nicht unter, sondern schwamm auf der Strömung fort und wurde zuletzt an das Wehr einer Mühle getrieben. Der Müller holte es heraus und öffnete es. Wie wunderte er sich, als er die drei schönen, zarten Kinder darin fand. Er brachte sie gleich seiner Frau und die sorgte für sie mit Liebe und zog sie auf wie ihre eigenen fünf Kinder. So waren beinahe 15 Jahre vergangen. Der König musste andauernd Krieg führen. Seine Frau aber blieb in dem Turm eingesperrt und seine drei Kinder wurden fern in der Mühle großgezogen. Nun konnten sich aber die Kinder des Müllers mit den Königskindern nur schlecht vertragen. Sie schlossen sie bei ihren Spielen aus und neckten sie oft damit, dass sie keinen Namen und keine Heimat hätten und bloß Findelkinder seien. Das verdross die Königskinder endlich so sehr, dass sie eines Tages die Mühle heimlich verließen und fortwanderten, tief in den Wald hinein. Da begegnete ihnen eine alte Frau. Die war eine Zauberin. Als sie sich nach dem Weg erkundigten, sagte die Alte, »Bleibt nur bei mir. Ich will euch verraten, wie ihr euer Glück machen könnt.« »Das möchten wir gar gern«, sagten die drei Königskinder. »Sag uns, wie das geschehen kann.« Da erzählte ihnen die Zauberin, im Walde stehe ein verwunschenes Schloss. Das könnten sie aus seinem Zauberschlaf befreien. Das war eine Aufgabe, so recht nach dem Sinn der Königssöhne. Darum antworteten sie auch wie aus einem Munde, »Das wollen wir gerne tun. Sag uns nur, wie wir es anfangen sollen. Da flüsterte die Alte geheimnisvoll, »Ihr braucht bloß den goldenen Käfig mit der schwarzen Amsel drin aus dem Schlosse zu holen, aber ihr dürft euch durch nichts aufhalten lassen und müsst euch beeilen. Denn nur des Mittags beim zwölften Glockenschlag tut sich das Schloss für eine Stunde auf und kann die Befreiung gelingen. Wer mir den goldenen Käfig bringt, der bekommt das Schloss und alle Schätze, die es in seinen hundert Zimmern birgt.« »Wir wollen das Los darüber entscheiden lassen, welcher von uns beiden das Schloss gewinnen soll,« sagten die Brüder, und der, den es traf, machte sich sogleich auf den Weg in den dunklen Wald. Er kam auch richtig schon nach kurzer Zeit vor das Schlosstor, und weil es gerade Mittag vom Turm schlug, konnte er mit dem zwölften Schlag ungehindert eintreten. Er konnte nicht genug staunen über das prächtige Schloss und wollte sich erst einmal alle Räume genau ansehen. Seltsamerweise ließ sich kein menschliches Wesen blicken, wohl aber allerlei Getier des Waldes, Rehe, Hasen, Füchse und Vögel, die ihn alle zutraulich umdrängten. Während er mit den Tieren spielte, hörte er auf einmal eine so wunderschöne Musik, wie er in seinem Leben noch keine vernommen hatte. Er blieb stehen und lauschte und vergaß alle Zeit. Plötzlich aber erdröhnte ein so mächtiger Schlag, dass er vor Schreck erbleichte und meinte, das Schloss stürze in sich zusammen. Zugleich aber fielen alle Türen ins Schloss und blieben verschlossen, und er konnte nicht mehr ins Freie gelangen. Als er am folgenden Tage nicht zurückkam, sagte die Zauberin zu dem zweiten Prinzen, Nun kannst du dich auf den Weg machen und dein Glück probieren. Dein Bruder hat die rechte Stunde versäumt und das Schloss nicht aus seinem Zauber befreien können. Geh nun, du darfst dich aber ja nicht zu lange darin aufhalten. Nein, das will ich nicht tun, sagte der Prinz und machte sich auf den Weg. Er kam auch bald und zur rechten Zeit zu dem Schloss und trat ein. Wie musste er da staunen? Er ging von Zimmer zu Zimmer, spielte mit den Tieren und vernahm die wunderschöne Musik und konnte sich gar nicht satt daran hören. Da ging es ihm wie seinem Bruder. Er vergaß die Zeit, war plötzlich eingesperrt und konnte nicht mehr aus dem Schlosse kommen. Am anderen Tag sagte die alte Zauberin zu der Prinzessin, Jetzt, mein Kind, ist die Reihe an dir. Nun kannst du wieder gut machen, was deine Brüder versäumt haben und kannst zugleich auch sie beide aus dem verzauberten Schloss befreien. Denke an die richtige Stunde und halte dich ja nicht zu lange darin auf. Die Königstochter versprach, alles wohl zu beachten und ging ohne Furcht in den großen, dunklen Wald hinein. Als sie beim zwölften Stundenschlag durch das Tor trat, kamen ihr sogleich ihre Brüder entgegen und erzählten ihr von dem Unglück, das ihnen widerfahren war. Doch sie gab ihnen kein Gehör und keine Antwort und eilte, ohne auf die schöne Musik zu hören, von einem Zimmer ins andere, bis sie endlich im allerletzten den goldenen Käfig mit der schwarzen Amsel fand. Schnell griff sie ihn und eilte damit zum Schloss hinaus. Kaum aber war sie draußen, da geschah ein furchtbares Donnern und Dröhnen und viele Stimmen riefen durcheinander »O Glück! O Freude! Endlich ist die Stunde der Befreiung gekommen!« Alle die Tiere hatten ihre menschliche Gestalt wieder erlangt, kamen aus dem Schloss gegangen und bedankten sich von Herzen bei der Prinzessin. Ihre Brüder aber blieben bei ihr in dem Schloss und sie waren nun alle drei überglücklich. Von diesem Schloss aber wurde in der ganzen Welt viel gesprochen, besonders von der Amsel in dem goldenen Käfig. Denn die konnte sprechen wie ein Mensch und wusste alles, was seit hundert Jahren geschehen war und in den nächsten hundert Jahren geschehen werde. Darum kamen oftmals Leute aus aller Herren Ländern, um die kluge Amsel zu befragen. Auch König Meerfahrer, der noch immer im Krieg war, hörte von dem wunderbaren Vogel und gedachte, ihn aufzusuchen, um aus seinem Munde die Wahrheit über das Vergangene zu erfahren. Denn er hatte oft mit Trauer und Sehnsucht an seine geliebte Frau gedacht, die nun schon jahrelang und, wer weiß, vielleicht unschuldig, auf seinen Befehl im Gefängnis schmachtete. Als er darum endlich Frieden schließen konnte, zog er auf seine Heimfahrt durch den großen Wald und kehrte in dem Schlosser ein. Da wurde er von seinen drei Kindern freundlich empfangen, ohne dass sie einander erkannten. Nachdem er sich an Brot und Wein gestärkt hatte, erkundigte er sich auch nach der Amsel und wünschte, sie zu sehen und zu befragen. Da begleiteten ihn die Geschwister in das Zimmer, in dem der goldene Käfig hing. Kaum war der König eingetreten, so begrüßte ihn die Amsel mit den Worten, »Willkommen, König Meerfahrer!« Der König blieb verwundert stehen und sagte, »Du kennst mich bei meinem Namen und stand?« »Ja, König Meerfahrer!« antwortete die Amsel. »Und ich kenne auch euer Geschick und weiß Dinge, die euren Augen verborgen sind.« »Oh, es sind schlimme und schreckliche Dinge. Ich ahne es!« sagte der König und barg das Gesicht in seiner Rechten. »Ihr seid betrogen worden, damals, als eure Mutter euch den Brief ins Heerlager schrieb.« »Als meine Frau die drei...« »Ja, mein König, als eure liebe und getreue Frau euch die drei Kinder gebar. Keine Hunde waren es, wie die böse alte Königin schrieb, sondern drei liebliche Kinder, zwei Söhne und eine Tochter. Warum glaubtet ihr eurer Mutter, die die junge Königin nur hasste, weil sie arm und niedrer Herkunft war?« »Ach, ich Unglücklicher!« klagte der König. »Wie man berichtet, so richtet man. Falsch und böse wurde mir berichtet, und falsch und böse habe ich darum auch gerichtet.« »Es kann auch alles gut werden, Königmeerfahrer«, tröstete die Amsel. »Eure Frau ist ja noch am Leben!« »Und was ist aus meinen Kindern geworden?« fragte der König. Da erzählte ihm die Amsel alles, so wie es geschehen war, wie der Müller die ausgesetzten Kinder gefunden und aufgezogen, wie sie mit 15 Jahren heimlich davongegangen seien und wie sie endlich hier im Walde das verwunschene Schloss und auch sie selber aus der Verwünschung befreit hätten. »Eure Tochter und eure beiden Söhne aber! Sie stehen in diesem Augenblick vor euch!« Da hättet ihr die Freude des Königs sehen sollen, als er seine Kinder in die Arme schloss und küßte, und wie die Kinder sich freuten, als sie zum ersten Male ihren Vater liebhaben durften. Der König bedankte sich von Herzen bei der Amsel und die Tochter brachte sie nun im goldenen Käfig der alten Zauberin in den Wald hinaus. Wie aber erstaute da die Prinzessin, als die Frau das Türchen des Käfigs öffnete und die Amsel heraushüpfte und sich in einen herrlichen jungen Königssohn verwandelte. Sie hatten einander lieb auf den ersten Blick, küßten sich und wanderten fröhlich zu dem Schloss zurück, in dem der Vater mit seinen Söhnen wartete. Nun ritten sie alle so schnell sie konnten auf die heimatliche Burg. Das Königs erster Gang war ins Gefängnis. Mit eigener Hand schloss er die eiserne Tür auf, holte seine arme, unschuldige Frau aus dem dunklen Verlies hervor und bat sie tausendmal um Verzeihung. Es war gut, dass die alte böse Königin gestorben war, denn nun konnte das Königspaar mit seinen Kindern von Herzen glücklich sein. Die Prinzessin aber hielt Hochzeit mit dem erlösten Königssohn und war durch das Schloss und die vielen Schätze, die darin angesammelt waren, die reichste Königin auf der ganzen Welt geworden. Der kluge Martin Es war einmal ein armer Tagelöhner. Der besaß drei Söhne. Jeder hatte ein Handwerk erlernen dürfen und so war der eine Weber, der andere Schneider und der dritte Schuster geworden. Der Schuster war der jüngste, aber auch der gescheiteste und darum wurde er von allen nur der kluge Martin genannt. Als die Leerzeit um war, schickte der Vater sie auf die Wanderschaft. Weil er aber so arm war, konnte er ihnen außer seinem Segen nichts mitgeben als Messer, Gabel und Löffel, die einem einfachen Ledertäschchen beisammen steckten. Doch die drei Brüder waren mit diesem wenigen zufrieden und zogen frohgemut in die weite Welt hinaus. Am Abend nach ihrem ersten Reisetage kehrten sie in einem Dorfwirtshaus ein. Ehe sie aber am anderen Morgen weiter wanderten, beschlossen sie, wir wollen nun ein jeder einen anderen Weg einschlagen, heute über fünf Jahre aber hier an diesem Tische wieder zusammentreffen. Dann wünschten sie sich gegenseitig viel Glück und nahmen herzlich Abschied voneinander. Als der kluge Martin eine Weile gewandert war, kam er an eine steinerne Brücke und wie er gerade den Fuß auf sie setzen wollte, trat ihm ein Mann in den Weg und fragte mit finsterem Gesicht, Was suchst du hier und wo willst du hin? Sprach der kluge Martin, Ich bin ein Schuhmacher, bin auf Wanderschaft und suche Arbeit. So, so, brummte der Fremder. Ja, nickte Martin, Aber nun sag mir auch, wer du bist und was du hier treibst. Da grinste der andere ganz unheimlich unter seinem breitrandigen Schlapphut hervor und antwortete, Ich? Ich bin ein Räuber. So, sagte der kluge Martin, ein seltsames Handwerk, ist es auch einträglich? Das will ich meinen, mehr als das deiner. Ei, was? rief da der kluge Martin verwundert aus. Meinst du, meinst du, dass ich es auch erlernen könnte? Das kommt ganz darauf an, wie du dich anlässt, meinte der Räuber. Weißt du was? Behalte mich hier, ich will auch ein Räuber werden, sagte Martin. Gut, ich will dich einstweilen da behalten, in die Schar der Kumpanen aufnehmen kann dich aber nur mein Meister, und der ist gerade nicht zu Hause. Da wartete der kluge Martin drei Tage lang, bis der Räuberhauptmann zurückkehrte und er ihm seinen Wunsch vorbringen konnte. Der Hauptmann hörte den Burschen an und sagte dann, Gut, ich will dich aufnehmen, du musst aber erst eine Probe ablegen und deine Geschicklichkeit zeigen. Daran soll's nicht fehlen. In ein paar Stunden bin ich wieder hier, dann sollst du sehen, dass ich wohl zu brauchen bin, sagte der kluge Martin und schritt über die Brücke davon dem Walde zu. Wie er nun in den Wald hineinkam, sah er einen Metzger des Weges ziehen. Der führte ein Kalb mit sich. Der kluge Martin schlich seitwärts durchs Unterholz und gewann so ungesehen auf einem Fußpfad einen Vorsprung. Dann bog er wieder auf die Straße ein, die der Metzger mit dem Kalb daherkommen musste, nahm Messer, Gabel und Löffel aus dem Ledertäschchen und warf die leere Hülle mitten auf den Weg. Nachdem er eine Strecke gegangen war, ließ er die Gabel fallen und wieder nach einer Weile den Löffel und das Messer zusammen. Darauf versteckte er sich in der Nähe und wartete, bis der Metzger mit seinem Kalbe zwischen den Bäumen auftauchte. Jetzt war er bei dem Ledertäschchen angekommen, hob es auf und besah sich's genau. Er dachte aber wohl, was kannst du mit diesem nichtzigen Lederzeug anfangen, ist ja des Aufhebens nicht wert. Warf es wieder auf den Weg und zog weiter. Nun kam er an die Stelle, wo die Gabel lag. Er sah sie nur von oben her an und ging weiter, ohne sich nach ihr zu bücken. Als er aber danach den Löffel und das Messer fand, hob er beide auf und steckte sie in die Tasche. Jetzt wäre es doch gut, wenn ich das ganze Besteck beisammen hätte, überlegte sich der Metzger, band das Kalb an einen Baum und lief zurück, um die Gabel und die Lederhülle zu holen. Inzwischen sprang der kluge Martin aus seinem Versteck hervor, band das Tier los und trieb es in den Wald hinein. Dabei blökte er beständig wie ein Kalb. Als der Metzger wieder an die Stelle kam, wo er das Vieh angebunden hatte und es nicht mehr vorfand, dachte er, es wird sich losgerissen und verlaufen haben und ging dem Blöken nach, dass er aus dem Walde hörte. Der kluge Martin aber war inzwischen an einen Teich gekommen, hatte dort schnell das Kalb geschlachtet und den abgeschnittenen Kopf ins Wasser geworfen. Dann hatte er sich im Gebüsch versteckt und blökte erbärmlich. Als der Metzger aus dem Walde heraus und ans Ufer trat, glaubte er nicht anders, als dass sein Kalb ins Wasser gelaufen sei und nur noch den Kopf herausstrecke. Deshalb zog er sich flink aus und sprang in den Teich, um es herauszuziehen. Während er aber im Wasser patschte, sprang der kluge Martin aus dem Versteck hervor, nahm die Kleider des Metzgers samt allem, was drin war unter den Arm und machte sich wie der Wind davon. Dann brachte er alles dem Räuberhauptmann und erzählte ihm, wie er dazu gekommen war. Da war der Hauptmann mit dem Probestück des klugen Martin wohl zufrieden und nahm ihn unter seine Gesellen auf und es dauerte nicht lange, da war Martin der geschickteste und kühnste Räuber weit und breit. Als die fünf Jahre um waren, dachte er an die Verabredung, die er mit seinen Brüdern getroffen hatte. Er zog vornehme Kleider an, bekam von seinem Hauptmann Kutsche und Pferde geliehen und fuhr vor das Wirtshaus. Da saßen seine zwei Brüder schon am Tische, erkannten ihn aber nicht wieder, bis er sich ihnen zuletzt zu erkennen gab. War das eine Wiedersehensfreude. Martin ließ Braten und Wein auftragen und sie waren miteinander vergnügt, bis in die späte Nacht hinein. Gerade in dieser Nacht aber geschah es, dass der Räuberhauptmann mit seiner ganzen Bande gefangen genommen wurde. Der kluge Martin war der Einzige, den die Schergen nicht erwischten. Da ließ der König durch einen Herold bekannt machen, dass derjenige, der den klugen Martin lebendig oder tot herbeischaffe, tausend Gulden zum Lohn erhalten solle. Das hörte der kluge Martin selbst ausrufen, als er am anderen Morgen mit seinen Brüdern in der Wirtsstube saß. Habt ihr's gehört? Tausend Goldgulden ist dem König mein Kopf wert. Die soll kein anderer einstecken, als ich selber. Verlasst euch drauf, sagte er, verkaufte die Kutsche samt den schönen Pferden davor und kaufte sich dafür einen alten Krämerwagen. Darauf lud er ein Fass voll Brandwein, zog die lumpigsten Kleider an, die er auftreiben konnte und fuhr so zum Tor hinaus, ohne dass ihn jemand erkannte. Froh und guter Dinge fuhr er dahin. Wie er aber in die Nähe der Brücke kam, war diese von 25 Husaren umstellt, die ihn auf Befehl des Königs gefangen nehmen sollten. Martin besann sich nicht lange. Er tat, als wäre er betrunken, sang und schrie und taumelte hinter dem Wagen drein, von einer Straßenseite zur anderen. Gerade vor der Brücke aber trieb er das Pferd so heftig auf die eine Seite, dass ein Rad in den tiefen Graben geriet und der Wagen umfiel. Ach, ich armer Mann, ich armer Mann, jammerte er und versuchte den Wagen wieder aufzurichten. Oh, jetzt ist alles hin, alles und der gute, teure Schnaps dazu. Helft mir doch, Soldaten, soll mir auf ein Paar Schoppen nicht ankommen. Da legten die Husaren wacker Hand an und der kluge Martin schenkte zum Dank jedem ein großes Glas Brandwein ein und füllte nach, bis die Husaren so betrunken waren, dass keiner mehr lallen konnte und einer nach dem anderen wie ein Sack in den Graben fiel. Da holte der kluge Martin aus seiner Höhle fünfundzwanzig Kapuzinerkutten, zog sie den Husaren an und fuhr die Kerle dann in der Nacht zur königlichen Schlosswache. Ihr könnt euch denken, was der König sich am anderen Morgen für Augen machte, als er die Kapuziner in der Wachstube antraf. Er fragte alle Diener und Knechte und Hofleute, ob sie in der Nacht nichts Verdächtiges gesehen oder gehört hätten. Niemand konnte ihm eine Auskunft geben. Jedoch die junge Königstochter sprach, das hat niemand anders als der kluge Martin getan. Dass ich daran nicht gedacht habe, sagte der König und schlug sich mit der Hand vor die Stirn. Du bist klug, mein Kind. Rate mir, wie meinst du, kann man wohl den klugen Martin am besten fangen? Mir düngt, das dürfte nicht sogar schwer sein, lieber Vater, antwortete die Prinzessin. Lasst einmal einen öffentlichen Tanz im Schloss ausrufen und bald da, bald dort Goldstücke auf den Boden des Saales legen. Der kluge Martin wird bei dem Fest gewiss nicht fehlen und wenn er das Gold sieht, so kann er es nicht liegen lassen, sondern wird es aufheben und in die Tasche stecken. Daran werdet ihr ihn leicht erkennen und ihn dann festnehmen können. Der Rat der Tochter gefiel dem König und er ließ darum sogleich landauf, landab durch einen Herold den Tanzabend ausrufen. Ehe aber die ersten Gäste eintrafen, streute er eine Tasche voll Goldstücke im Saale aus, so wie die Prinzessin es ihm geraten hatte. Wahrhaftig, die Pforten des Schlosses waren kaum eine Weile geöffnet, so erschien der kluge Martin im Saale, mit dem allerfeinsten Gewand angetan und von einem Diener begleitet. Niemand aber wusste, wer dieser fremde Herr war. Wie er nun da die Goldstücke am Boden zerstreut liegen sah, dachte er bei sich, die lägen in meiner Tasche viel weicher und besser als sie auf den harten Dielen. Und er überlegte sich, wie er die Goldvögel am besten einfangen könne, ohne dabei ertappt zu werden. Als der erste Tanz zu Ende war, ging er hinaus zu seinem Diener und befahl ihm, eilends Pech zu holen. Dann machte er das Pech warm, strich's auf seine Schuhsohlen, ging wieder in den Saal zurück und tanzte, dass es eine Art hatte. Einige Male sogar mit der schönen Prinzessin selber. So oft aber ein Tanz zu Ende war, verließ er den Saal und hieß draußen seinen Diener die Goldstücke abnehmen, die an den Pechsohlen hängen geblieben waren. Ein Dutzend Mal, wenn nicht mehr, trieb er es so und trug manches blanke Goldstück hinaus, ohne dass die geheimen Speer des Königs ihn als Dieb hätten entlarven können. Im Gegenteil, der kluge Martin hatte noch einen viel kostbareren Fang als die paar Dutzend Goldvögelein gemacht. Die Prinzessin nämlich hatte ihn wohl erkannt und der stattliche, kühne Bursche hatte ihr so gut gefallen, dass sie den ganzen Abend mit keinem anderen tanzen wollte. Als das Fest zu Ende ging, nahm sie ihn heimlich auf die Seite und sagte, »Nimm dich in Acht, Martin, mein Vater will dir ans Leben, aber sei ohne Sorge, ich werde alles schon zum rechten Ende bringen.« Nun war also der Tanzabend aus und der kluge Martin war weder erkannt noch gefangen genommen worden. »Es fehlen mehr als dreißig Goldstücke«, sagte der König am anderen Tag zu seiner Tochter. »Also ist er da gewesen. Mir ist das ein Rätsel, wenn ich nur wüsste, wie ich den Kerl in die Hand bekommen könnte. Kannst du mir nicht noch einen Vorschlag machen?« Da besann sich die Prinzessin eine Weile und sagte, »Lasst ein Turnier ausschreiben und versprecht mich dem Sieger als Preis. Der kluge Martin wird bestimmt an dem Kampf teilnehmen und ihn gewinnen. So erkennt ihr ihn sicher und könnt ihn inmitten eurer Ritter und Hofleute leicht gefangen nehmen lassen. »Ja, so will ich's machen«, sagte der König, rief seinen Schreiber, hieß ihn ein großes Turnier ausschreiben und darin versprechen, dass er dem Sieger im Kampfe seine einzige Tochter zur Frau geben wolle. Da zogen aus allen vier Enden der Welt Fürsten und Grafen und Ritter und Edelleute herbei, ritten in die Schranken und turnierten tapfer und hätten ein jeder gerne die schöne junge Königstochter gewonnen. Wer aber über alle den Sieg davon trug, das war der kluge Martin. Anstatt ihn aber mit seiner Tochter zu verloben, wollte der König ihn vor den versammelten Gästen binden und in den Kerker werfen lassen. Da aber schritt die Prinzessin auf den tapferen, klugen Martin zu, küsste ihn und sprach, »Den will ich zum Manne haben und keinen Anderen. Das müsst ihr wissen, Vater. Ich liebe ihn und ihr haltet euer königliches Wort.« »So sei es!« riefen alle, kamen herbei und drückten dem glücklichen Paare die Hand. Nun trat auch der König freudiger zu und gab den beiden seinen Segen. Bald danach wurde die Hochzeit gefeiert. Und also bekam der kluge Martin, der einst ein armer Schustergeselle war, eine Prinzessin zur Frau und wurde am Ende König in einem großen Reicher. Das Wunderschiff Es war einmal ein reicher König. Der hatte die seltsamsten Wünsche. Eines Morgens befahl er, »Man baue mir ein Schiff, mit dem ich zu Wasser und zu Land fahren kann.« Noch im selben Tage ließ sein Kanzler im ganzen Reich durch Girolde verkünden, »Wer es vermag, dem König ein Schiff zu bauen, mit dem er zu Wasser und zu Land fahren kann, der bekommt seine Tochter zur Frau und soll nach ihm König werden.« Diese Kunde hörte auch ein reicher Sägmüller, der drei Söhne hatte. Er rief sie zu sich und sagte, »Ich will gern alles aufwenden, was ich habe. Versucht's, ob einer von euch ein solches Schiff zu Wege bringt.« Die Söhne waren gleich bereit dazu. Als sie sich aber darum stritten, wer es mit dem Bau zuerst versuchen dürfe, bestimmte der Vater, dass der Älteste den Anfang machen solle. Der zog auch gleich mit den Knechten hinaus in den Wald, um das nötige Holz zum Schiffsbau zu fällen. Sie hatten schon eine stattliche Anzahl Tannen gehauen. Da kam ein alter Mann den Waldweg daher und bat um ein Stück Brot. Der junge Sägmüller aber sagte, »Ich hab nur Brot für mich und meine Leute und kann dir nichts abgeben.« »Was willst du denn da mit deinen Leuten machen?« fragte der Alter. »Ein Schiff, mit dem man zu Wasser und zu Land fahren kann,« schnarrte ihn der Junge an. »Das werdet ihr wohl bleiben lassen?« entgegnete der Mann und ging weiter. Und wie er gesagt hatte, so geschah es auch. Sie arbeiteten lange und konnten das Schiff doch nicht zustande bringen. Als der älteste Sohn unverrichteter Dinge nach Hause kam, zog der Zweite aus. Die Sonne sank und er wollte mit den Knechten gerade Feierabend machen, als wieder der alte Mann dahergestockt kam und um ein Stück Brot bat. »Für fremde Leute haben wir kein Brot,« bekam er zur Antwort. Darauf fragte der Mann, »Was wollt ihr denn hier machen?« »Ein Schiff, das zu Wasser und zu Land fahren kann. Das werdet ihr wohl bleiben lassen,« sagte der Alte und ging weiter. Und er behielt Recht. Auch der zweite Sohn musste nach vergeblicher Mühe wieder umkehren. Jetzt kam die Reihe an Hans, den Jüngsten. Er rief die Arbeiter zusammen, zog in den Wald hinaus und legte hurtig Hand ans Werk. Gegen Abend kam auch zu ihm der alte Mann und bat um ein Stückchen Brot. »Gerne,« sagte Hans, »setzt euch nur her zu mir.« Und er reichte ihm Brot und Käse und füllte ihm einen Becher mit Wein. Der Alte bedankte sich und fragte nach einer Weile, »Was wollt ihr denn da machen?« »Ein Schiff, mit dem man zu Wasser und zu Land fahren kann,« antwortete Hans. »So, so,« sagte der Mann. »Meine zwei Brüder haben es schon vor mir versucht, aber es ist ihnen nicht gelungen,« erzählte Hans. Der Alte nickte. »Ich weiß es, auch du würdest es nicht zu Wege bringen. Weil du aber der beste von euch drei Brüdern bist, sollst du das Glück haben, die schöne Königstochter zu freien. Komm zu dieser Stunde über drei Tage hierher an diesen Platz, so will ich dir das Schiff mitbringen. Pünktlich zur ausgemachten Stunde erschien der Alte und übergab dem Hans das Wunderschiff, das zu Wasser und zu Lande fahren konnte. Wie staunte da der junge Bursche und kannte sich fast nicht mehr vor Freude. »Nun steig ein,« sagte der Mann, und fahr Hans sich aber umsah, seinem Helfer zu danken, war der Fremde verschwunden. Da stieg er ins Schiff und machte sich ohne Aufenthalt auf den Weg in die Hauptstadt und zum Palaste des Königs. Wie er so mit seinem Schiff über Land und Wasser dahin segelte, sah er vor einem Wald einen Jäger stehen. Der hatte das Gewehr angelegt und zielte ins Blaue hinein. Da hielt Hans sein Schiff an und fragte, wonach zielst du denn? Der Jäger sagte, ich will den Spatz schießen, der in dem Dorf hinterm Wald auf der Kirchturmspitze sitzt. Hans meinte, das ist doch nicht möglich. Der Schützer aber behauptete, mit diesem Gewehr kann ich auf 400 Stunden weit jeden Vogel treffen. Willst du nicht mitfahren? fragte Hans. Das möchte ich schon gerne, aber ich habe kein Geld. Das tut nichts, sagte Hans. Da setzte sich der Jäger zu ihm in das Schiff und sie fuhren miteinander weiter. Sie waren noch nicht lange unterwegs, da trafen sie einen Mann, der hatte auf der rechten Seite ein ungeheuer langes Ohr. Es reichte bis auf den Boden. Hans hielt sein Schiff an und fragte den Mann, was fängst du denn mit deinem langen Ohr an? Damit kann ich auf 400 Stunden weit alles hören, was gesprochen wird, entgegnete er. Ei, so höre einmal, was man im Königsschloss spricht, sagte Hans. Da horchte der Langohr ein Weilchen hin und sagte, man spricht dort gerade von dem Wunsch des Königs, der ein Schiff haben will, das zu Wasser und zu solches zu bauen. Willst du nicht mitfahren? fragte Hans. Ja, das möchte ich schon gerne, aber ich habe kein Geld. Das tut nichts, sagte Hans, ließ ihn einsteigen und fuhr weiter. Bald begegneten sie wieder einem Mann. Der hatte ganz gewaltig große Stiefel an den Füßen. Hans hielt sein Schiff an und fragte ihn, was machst du denn mit den großen Stiefeln? Der Mann antwortete in diesen Stiefeln komme ich schneller voran als der Wind. Ei, willst du nicht mitfahren? fragte Hans. Dazu hätte ich schon Lust, aber ich habe kein Geld, um die Fahrt zu bezahlen. Das tut nichts, sagte Hans und so fuhr der Schnellläufer auch mit. Über eine Weile sahen sie noch einen vierten Mann am Wege stehen. Dem ragte ein großer Holz Zapfen aus seinem Hosenboden. Darüber wunderte sich Hans sehr und hielt darum sein Schiff an. Er fragte den Mann, warum hast du da hinten einen Zapfen stecken? Das hat einen guten Grund, antwortete der Mann, denn wenn ich den Zapfen herausziehen würde, könnte ich das ganze Königreich voll machen. Ei, sagte Hans, willst du nicht mitfahren? Ich möchte schon, antwortete der Mann, aber ich habe kein Geld und ich brauche auch sehr viel zu essen. Das tut nichts, sagte Hans, fahr nur mit. So stieg auch der Zapfenmann ins Schiff und fuhr mit an den Königshof. Als Hans vor dem Schloss ankam, übergab er das Schiff mit den vier Männern der Obhut der Wache und ging gerade wegs zum König. Er verbeugte sich höflich und sprach, der König, drunten habe ich ein Schiff, das zu Wasser und zu Lande fahren kann. Da fragte der König, hast du es auch selbst gemacht? Ja, sagte Hans. So säge einmal ein Stück aus dem Schiff heraus und setze es dann wieder ein, gebot der König. Da sagte Hans, ich habe ein ganzes und ein heiles Schiff gebaut, warum soll ich smutwillig zerstören und hernach wieder flicken, das tue ich nicht. Als der König den Hans auf diese Art nicht loswerden konnte, ließ er seinen Kanzler kommen und beriet mit ihm, was hier zu machen sei, denn er meinte, diesem dummen Burschen könne er doch nicht seine Tochter zur Frau geben. Der schlug ihm vor, stellt ihm eine unlösbare Aufgabe, sagt, dass ihr ihm Tochter und Reich erst abtreten könnt, wenn er euch diesen Auftrag erfüllt habe. Und welches meinst du wäre diese unlösbare Aufgabe? fragte der König. Schickt nach dem Brunnen, der 350 Stunden von hier liegt. Er soll daraus binnen drei Stunden einen Krug Wasser holen. Ich denke, das wird der Hans wohl bleiben lassen. Dieser Rat gefiel dem König. Er ließ Hans zu sich rufen und sagte, höre einmal, du musst mir erst noch einen Krug Wasser aus dem Brunnen an der Grenze meines Reiches holen. Bist du in drei Stunden wieder hier, so sollst du meine Tochter bekommen und König werden. Soll geschehen, sagte Hans und eilte zu seinem Schiff und seinen Leuten. Zieh schnell deine großen Stiefel an, rief er dem Schnellläufer zu und fuhr ihn übers Wasser. Der Schnellläufer flog wie der Wind zum Brunnen, füllte daraus den Krug und wollte sich gleich wieder auf den Rückweg machen. Dann dachte er aber, du hast ja noch Zeit und kannst dich erst ein wenig ausruhen, legte sich unter einen Baum und schlief ein. Zwei Stunden waren schon vergangen und Hans stand auf seinem Schiff und wartete und wartete, doch der Läufer kam nicht. Da sagte Hans zu dem Langohr, horch doch einmal hin, wo der Läufer steckt. Der Langohr legte sein Ohr an die Erde und lauschte eine Weile. Der ist bei dem Brunnen eingeschlafen, ich höre ihn dort schnarchen, sagte er. Da nahm der Scharfschütze seine Büchse, lud einen Kieselstein hinein und schoss ihn dem Schläfer so dicht am Kopf vorbei, dass es nur so pfiff. Davon erwachte der Schnellläufer, lief weiter und kam gerade noch zur rechten Zeit mit seinem Krug Wasser an. Hans brachte ihn dem König und verlangte nun seine Tochter und das Königreich. Nun war der König wieder in Not, denn er hatte nicht gedacht, dass Hans das Wasser aus dem fernen Brunnen so schnell herbeischaffen könnte. Weil er aber gar keinen Ausweg mehr wusste, fragte er endlich den Hans Ist es dir nicht einerlei, wenn ich dir anstatt der Prinzessin und meinem Reich Gold gebe? Hans sagte, mir kann es gleich sein, aber ich will so viel Gold als mein Schiff tragen kann. Der König sagte ihm dies zu, ließ aber sogleich wieder seinen Kanzler rufen und sprach, sobald der Hans weggefahren ist, soll ihm ein halbes Regiment roter Husaren nachreiten und ihm das Gold wieder abnehmen. Nun wurde von den Dienern des Königs eine Tonne Gold nach der anderen auf das Schiff gebracht. Als es voll beladen war, trat Hans mit seinen Gehilfen die Rückreise an. Während sie zum Stadttor hinaus fuhren, sagte Hans zum Langohr, horche einmal, was sie jetzt im Schloss sprechen. Da horchte er auf und sagte, der König schickt soeben ein halbes Regiment rote Husaren aus, die sollen dir das auch nicht lange, da kamen die Rotjacken daher gesprengt. Als sie nahe genug waren, sagte Hans zum Zapfenmann, was meinst du, nun könntest du einmal den Husaren deine hintere Seite zeigen und den Zapfen heraus ziehen. Der war mit Freuden bereit dazu. Er zog den Zapfen heraus und da ging es wie aus einer Feuerspritze auf die roten Husaren los, dass sie gar nicht wussten, was ihnen geschah. Als sie aber alle so übel zugerichtet waren, dass sie es nicht mehr länger aushalten konnten, wandten sie ihre Pferde um und ritten so schnell sie konnten aufs Schloss zurück. Als der König sie zurückkommen sah und hörte, dass sie dem Hans das Gold nicht abgenommen hatten, wurde er sehr zornig und sprach Das habe ich schon zum Voraus gewusst, dass die gelben Usaren nichts ausrichten würden. Deshalb habe ich ausdrücklich die Roten dazu bestimmt, aber so geht's, wenn meine Befehle nicht pünktlich ausgeführt werden. Unterdessen segelte Hans mit seinen Gefährten ungestört der Heimat zu und gab jedem seinen Teil von dem Gelder, sodass sie alle mehr bekamen, als sie jemals in ihrem Leben verbrauchen konnten. Die teure Metzelsuppe Vor langer Zeit war einmal in einem Dorf ein Pfarrer. Den hatten die Bauern wegen seiner kurzen Predigten so gern, dass sie ihm bei jedem Schweineschlachten einen ordentlichen Happen von der Metzelsuppe schickten. Nun hatte aber der Pfarrer selber auch ein Schwein eingetan und gemästet und es wog wohl an, die vier Zentner als es geschlachtet werden sollte. Der Metzger war eben daran, das Tür abzubrühen und die Schwarte von den Borsten zu reinigen. Da fiel dem Pfarrer ein, dass er nun den Bauern, die ihm sonst etwas von ihrer Metzgut zukommen ließen, auch ein Stück Fleisch und ein paar Würste ins Haus schicken müsste. Gerechter Gott, wenn ich da jedem abgebe, bleibt mir selbst nicht mehr übrig, dachte er, ließ den Messner zu sich kommen und fragte ihn um Rat, wie er es machen solle, damit er den Bauern keine Metzelsuppe zu geben brauche. Das ist ganz einfach, sagte der Messner. Lasst das Schwein den ganzen Tag über am Rächen vor dem Haus hängen, sodass es die Bauern sehen und wissen, dass ihr geschlachtet habt. Sobald aber die Nacht hereingebrochen ist, lasst ihr es in aller Herrlichkeit beiseite schaffen und erzählt jedem, der euch begegnet, euer Schwein sei in der Nacht von einem Spitzbuben gestohlen worden. So wird niemand eine Metzelsuppe von euch erwarten und euch in eurem Unglück höchstens noch bedauern. Dieser Rat gefiel dem Pfarrer gut und er gedachte ihn zu befolgen. Ihr dürft aber keinem Menschen ein Sterbenswörtchen davon verraten, bat der Pfarrer. Keine Silbe, Herr Pfarrer, darauf könnt ihr euch verlassen, erwiderte der Messner und ging nach Hause, schlich sich aber um Mitternacht, als das ganze Dorf in tiefem Schlafe lag, vors Pfarrhaus, nahm das Schwein auf die Schulter und trug es in seinen Keller, wo er es in einem großen Krautfass versteckte. Früh am Morgen schon erschien der Pfarrer wieder. Messner, ich kann's fast nicht glauben, jammerte er. Man hat mir heute Nacht mein Schwein gestohlen. Ja, Herr Pfarrer, so ist's recht, so müsst ihr sagen und gerade so jämmerbar wie jetzt, dann glauben's die Leute. Ich bitte euch, Messner, macht keine Späße, es ist mir nämlich nicht danach, man hat mir wirklich in der Nacht das Schwein gestohlen, sagte da der Pfarrer. Recht so, so müsst ihr sprechen, Herr Pfarrer, und seid versichert, ich will schon mithelfen dafür sorgen, dass es unter die Leute kommt. Es ist der Samstag heut, wo sich ohnehin die Weiber in Metzig und Laden und die Männer im Wirtshaus treffen. Als aber der Pfarrer gar nicht nachgab, zu versichern, dass das Schwein wirklich gestohlen sei, lächelte der Messner nur verschmitzt und sagte, macht nur keine Flausen, ich weiß doch alles, hab euch ja selbst diesen Rat gegeben, bei mir bedarf's keiner Verstellung. Da ging der Pfarrer unwillig nach Hause. Weil ihm aber das Betragen des Messners verdächtig vorkam und er zuletzt in ihm den Dieb vermutete, sann er unterwegs darüber nach, auf welche Weise er sich am schnellsten Gewissheit verschaffen könne. Er hatte sich auch bald einen Plan Er steckte sie darum in eine Kiste, ließ diese in die Messner Wohnung schaffen und bat den Messner die Kiste über den Sonntag in seiner Stube aufzubewahren. Er bekomme Besuch und könne sie daher während der Zeit nicht im Hause brauchen. Öffnen dürfe er aber die Kiste nicht, es könnte sonst leicht ein Unglück geschehen. Der Messner erfüllte des Pfarrers Wunsch gerne. Tisch saß und aß, sagte die Tochter, ah, wie schmeckt doch dem Herrn Pfarrer sein Fleisch so gut. Das hörte die alte Frau in der Kiste und konnte das Lachen nicht mehr verhalten, so dass der Messner es bemerkte. Er zündete eine Schwefelschnitte an und steckte sie durch eine Ritze in die Kiste. Er dachte, der drinne säße, würde nach einer Weile vernehmen ließ, brach er die Kiste auf und sah zu seinem Schrecken des Pfarrers Schwiegermutter darin liegen. Die aber war im Schwefeldampf erstickt und mausetot. Neben ihr lag ein halber Leib Brot und ein Happen Rauchfleisch, von dem sie gegessen hatte. Da schnitt der Messner schnell ein Stück von dem Fleisch ab, steckte es ihr in den Hals und nagelte die Kiste wieder zu. Als nun der Pfarrer am anderen Tag die Kiste zurückholen ließ und öffnete, schlug er die Hände über dem Kopf zusammen und rief, ach Gott, ach Gott, die alte Frau ist an dem Zähn Fleisch erstickt, was fange ich nur an, ich armer geschlagener Mann. In seiner Not ließ er den Messner kommen und gestand ihm hinter verschlossenen Türen. Denkt euch nur, Messner, meine Schwiegermutter ist in der Nacht an einem Bissen Fleisch erstickt, weil ich aber in meiner Einfalt und Aufregung keinen Arzt zur Hilfe gerufen habe, fürchte ich, dass man mir Vorwürfe macht und mir gar die Schuld an ihrem Tode zuschiebt. Darum bitte ich euch, begrabt sie heimlich im Garten, ich will euch einen Scheffel Korn, Schöffel Frucht einmaß. Als er damit fertig war, stellte er die tote Schwiegermutter bis über die Knie in den Kornhaufen und ging nach Hause. Am anderen Morgen kehrte die Pfarrmarkt die Treppen und kam dabei auch auf den Speicher. Kaum hatte sie die Tür zur Fruchtkammer aufgemacht, stieß sie einen Schrei aus, rannte die Treppe hinab und in des Pfarrers Studierstube und erzählte außer Atem, Herr Pfarrer, Herr Pfarrer, droben, in der Fruchtkammer, steht eure Schwiegermutter, mitten im Kornhaufen und Wie? Wie erzählst du mir da? sagte der Pfarrer. Geh schnell zum Messner hinüber, er soll gleich kommen. Der Messner kam. Habt ihr denn meine Schwiegermutter nicht begraben? fragte der Pfarrer. Freilich habe begraben, erwiderte der Messner. Aber sie steht oben auf der Kornbühne mitten im Fruchthaufen. Dann ist sie eine Hexe, Herr Pfarrer, sonst wäre sie nicht wiedergekommen. Sollte der Pfarrer aufkommen lassen, dass seine Schwiegermutter eine Hexe sei? Er bat den Messner, sie noch einmal zu begraben. Das tue ich nur, wenn ihr mir hundert Gulden auf die Hand legt, andernfalls könnt musste in den Beutel greifen und dem Messner die hundert blanken Gulden auf die Hand zählen. Der steckte sie in die Tasche, nahm dann die Leiche und trug sie in den Wald hinaus. Er war noch nicht lange gegangen, da sah er unter einer Eiche einen Krämer sitzen. Der war eingeschlafen und hatte einen großmächtigen Koffer neben sich stehen. Er schlief so tief, dass er nicht einmal merkte, wie der Messner den Koffer öffnete, alle Waren herausnahm und davontrug und in einem hohlen Baum versteckte. Dann legte er die tote Frau hinein, drückte ihr einen der silbernen Löffel in die Hand, die der Krämer zum Verkauf bei sich hatte und schloss darauf den Koffer wieder vorsichtig ab. Danach ließ er sich ein Stück weit entfernt im Schatten eines schickte. Nun trat der Messner hinter dem Baum hervor, tat, als ob er ganz zufällig hier vorüber käme, grüßte den Fremden und sagte, so, seid ihr auch unterwegs? Werd wohl nicht fehlgehen, wenn ich annehme, dass ihr ein Handelsmann seid. Das bin ich, gab darauf der Krämer zur Antwort. Aber man macht schlechte Geschäfte heutzutage. Die Leute haben weder Lust noch Geld etwas zu kaufen. Da habt ihr recht, sagte der Messner. Aber manchmal muss auch einer etwas kaufen, ob er Lust hat oder nicht. Seid ihr beim Pfarrer gewesen? Der Krämer schüttelte den Kopf und sagte, oh je, den kenn ich. Der ist zu knauserig, um unsere einen was verdienen zu lassen. Da habt ihr wiederum recht, aber diesmal ist's eine andere Sache. Geht nur gleich hin und klopft bei ihm an. Er hat Trauerkleider nötig, weil seine Schwiegermutter gestorben ist. Da bedankte sich der Krämer bei dem Messner für den guten Rat und machte sich auf den Weg ins Pfarrhaus. Der Pfarrer ließ ihn gar nicht erst bis in sein Studierzimmer gelangen, sondern kam in den Gang heraus und brummte missgelaunt, er brauche nichts, er sei mit allem versehen. So gestattet wenigstens, dass ich euch meine Waren zeige, sagte der Händler und machte den Koffer auf. Da fiel das tote Weib heraus. Um Gottes Willen, rief der Pfarrer, das ist ja meine Schwiegermutter, wie kommt ihr in euren Koffer hinein? Doch der Krämer konnte keine Antwort geben, er war vor Schrecken in Ohnmacht gefallen. Da ließ der Pfarrer den Messner holen und fragte ihn, ob er denn seine Schwiegermutter nicht begraben habe. Ei, freilich habe ich sie begraben, schon zweimal, und diesmal habe ich sie sogar in den Wald hinaus getragen. Eben daran aber, Herr Pfarrer, dass sie immer wieder kommt, kann man deutlich sehen, dass sie eine Hexe gewesen sein muss. So begrabt sie zum dritten Mal und sorgt dafür, dass sie nicht wieder ans Tageslicht kommt. Der Messner versprach es zu tun, wenn er ihm 300 Gulden gebe. Das kam den geizigen Pfarrer hart an, aber er hatte keine andere Wahl, wenn er die Sache geheim halten wollte, als den vollen Beutel aufzutun. Und diesmal ging der Messner wirklich in den Garten hinaus und begrub Pfarrer, dass er ihm die Waren, die vor dem im Koffer gewesen, bezahlen solle. Der aber sagte, das gehe doch ihnen nichts an, er habe die Sachen ja nicht gestohlen. Aber eure Schwiegermutter hat sie gestohlen, sie hat doch noch einen von meinen silbernen Löffeln in der Hand. Der Tant war wohl seine 100 Gulden wert, und wenn ihr mir die nicht auf heller der Leute kommen oder vom ganzen Dorf verhöhnt und ausgelacht werden wollte. Das ist die Geschichte von der teuren Metzelsuppe, die der Pfarrer ganz allein zu verzehren gedachte. Meine Großmutter hat sie mir einst zwischen Tag und Dunkel erzählt, und also muss sie auch wahr sein, so gewiss als der Pfarrer Amen sagt. Drei Rosen auf einem Stiel Auf einem abgelegenen Hof, nahe bei einem großen Tannenwalde, lebte einmal ein Bauer, dem seine Frau schon vor Jahren gestorben war. Zum Glück hatte er aber zwei erwachsene Töchter, die eine blond und die andere schwarz. Die führten ihm nun den Haushalt, versahen den Stall und das Hühnervolk und halfen auch draußen auf dem Felde mit, so gut sie konnten. Meist richteten sie es aber so ein, dass die eine dem Vater bei den bäuerlichen Arbeiten half, während die andere zu Hause blieb und dort nach dem Rechten sah. Denn es war nun einmal so, und niemand wusste eigentlich zu sagen warum, dass die zwei Schwestern sich nicht vertrugen, sondern sich wegen jeder Kleinigkeit zankten oder tagelang, ohne sich ein Wort zu gönnen, aneinander vorüber gingen. sich redlich keine der anderen gegenüber zu bevorzugen und er freute sich häufig durch Geschenke, die sie sich immer selber wählen durften. Als er darum eines Tages wieder einmal auf den Markt ging, rief er sie zu sich in die Stube und fragte, ihr wisst ja, heute ist Markt im Dorf drunten, was soll ich euch mitbringen? Ich möchte ein schönes Sonntagskleid haben, sagte auf einem Stiel entgegnete die andere. Drei Rosen auf einem Stiel, wenn ich die nur bekommen kann, sagte der Vater und machte sich auf den Weg. Als er seinen Handel abgeschlossen und im Wirtshaus zu Mittag gegessen hatte, kaufte er der einen Tochter ein schönes neues Kleid. Obgleich er aber den ganzen Markt zweimal auf und ab ging und sich auch auf dem Heimweg lange und angestrengt umsah, konnte er doch nirgends drei Rosen erblicken, die auf einem Stiel wuchsen. Endlich, als er schon ein gutes Stück von dem Dorf draußen war, sah er in einem Garten einen blühenden Rosenstrauch stehen. Er betrachtete ihn näher und wahrhaftig. An ihm wuchsen drei Rosen auf einem Stiel beisammen, so wie die zweite Tochter es sich gewünscht hatte. Ohne sich in den Garten ein, fasste das Zweiglein mit den drei Rosen und wollte es gerade abbrechen. Da stand mit einem Maler ein braunzottiger Bär vor ihm und sagte, was suchst du in meinem Garten? Als er sich von seinem Schrecken erholt hatte, erzählte der Bär, dass seine eine Tochter gewünscht habe, er solle ihr versucht. Hier an diesem Strauch habe er endlich einen solch wundersamen Zweig gefunden. Ob er ihn nicht brechen und mit nach Hause nehmen dürfe. Du kannst die drei Rosen mitnehmen, sagte der Bär. Doch nur unter der Bedingung, dass du morgen um dieselbe Stunde wieder hierher kommst und deine Tochter mit bringst. Es soll ihr Schaden nicht sein. Tust du aber nicht, was ich dir geboten, so musst du sterben. Der Bauer versprach wiederzukommen, bedankte sich für die drei Rosen und machte sich auf den Heimweg. Als er auf dem Hofe ankam, warteten seine Töchter schon auf ihn. Die Schwarzhaarige begrüßte ihn am Brunnen, wo sie gerade Wasser für das Vieh schöpfte. Die Blonde trat ihm freudig aus der Küche entgegen. Als sie das Zweiglein mit den drei Rosen in des Vaters Hand sah, strahlten ihre Augen vor Glück. Sie bewunderte es lange und stellte es dann sorgsam in ein Glas ans Fenster. Die Schwarzhaarige aber, die ihr Kleid gleich einmal zur Probe angelegt hatte, lächelte nur verächtlich, als sie die drei Rosen sah, und wie sie erst vernahm, dass die Schwester morgen den wilden Bären besuchen sollte, meinte sie, du wirst deine drei Rosen teuer bezahlen müssen und nicht wieder zurückkehren. Die Blonde aber sagte, was der Vater dem Bären versprochen hat, das will ich halten. Am anderen Tag begab sich der Bauer mit seiner Tochter zu dem Garten des Bären. Als sie eintraten, kam auch schon der Bär angetrottet und fragte, ist das die Tochter, die Ja, erwiderte der Vater. Lass sie bis zum Sonnenuntergang bei mir, sprach der Bär. Es soll ihr kein Leid geschehen und wird sie nicht geräuen. Dem Bauern fiel es schwer, die Tochter so Mutterseelen allein bei dem wilden Tier zu lassen und er dachte den ganzen Tag über voll Sorge an sie. Doch er hätte sich nicht mit solchen Gedanken zu quälen brauchen. Denn als der Bärchen allein war, nahm er es behutsam bei der Hand und führte es in ein herrliches Lustschloss, das zwischen Bäumen und blühenden Sträuchern versteckt mitten in dem Garten lag. Er zeigte ihm alle die prunkvoll bemalten Räume und auch die Schmuckschränke, in denen es nur so geleiste und funkelte von Gold, Silber, Perlen und Edelsteinen. So etwas hatte die einfache Bauerntochter noch nie gesehen und sie konnte ihre Augen fast nicht mehr abwenden von all den Herrlichkeiten. Wähle für dich aus, was dir am besten gefällt, sprach der Bär. Ich will es dir schenken, wenn du morgen noch einmal zu mir in den Garten kommst. Das Mädchen versprach es, suchte sich eine Halskette und einen Ring aus und kehrte am Abend vergnügt nach wahren Schmuck sah, wurde sie blass vor Neid. Und weil sie vermutete, dass die Schwester beim nächsten Besuche womöglich noch reicher beschenkt werden könnte, suchte sie ihr wiederum Furcht vor dem Bären einzureden und sie so weit zu bringen, ihr Versprechen nicht einzuhalten und lieber daheim zu bleiben. Aber all ihr Zureden und Einflüstern war umsonst. Da stand sie in der Nacht heimlich auf, raffte die Kleider und Schuhe der Schwester zusammen und versteckte sie in der Scheune unter dem Heu. Wohl eine Stunde lang suchte die Blonde am anderen Morgen nach ihren Kleidern und ahnte bald, dass die neidische Schwester ihre Hände im Spiel hatte. Doch sie ließ sich in ihrem Entschluss dem Bären ihr Wort zu halten nicht beirren, zog ihre alte zerwaschene und gepflegte Küchenschürze an und ging barfuß vom Hofe. Weil sie sich aber beim Suchen zu lange aufgehalten hatte, kam sie verspätet in den Garten. Da stand der Rosenstrauch mit traurig leblosen Zweigen und die Rosen hingen blass und halb verwelkt zwischen den Blättern. Es ist auch so totenstill überall, dachte sie und rief mit banger Stimme nach dem Bären. Niemand gab Antwort. Weinend irrte sie von einem Ende des Gartens zum anderen und lockte und rief Komm, komm mein Bär, wo bist du denn mein liebes Tier? Da hörte sie endlich aus dem Rosenstrauch hervor etwas wimmern und winseln, lief darauf zu und sah dem Bären wie tot auf dem Mose liegen. Als sie aber mit ihren Händen die Zweige und Blüten berührte, um dem Tier den Weg freizumachen, richteten sich die Welken Ranken und Blätter wieder auf. Die Rosen dufteten und leuchteten und der Bär schlug die Augen auf, kroch aus dem Dickicht hervor, streifte daran seinen zottigen Pelz ab und stand als ein schöner junger Prinz vor dem Mädchen. Nun bin ich unglücklicher Verwunschener Königssohn endlich befreit, sprach er. Deiner Liebe und Treue, liebes Mädchen, habe ich mein neues Leben zu danken und darum will ich dich zu meiner Frau und Königin machen. Unter dem Rosenstrauch gab er ihr den Verlobungskuss und bald darauf hielten sie Hochzeit und lebten glücklich miteinander bis an ihr Ende. Die Drei Schwäner Einem Jäger war ein Jahr nach der Hochzeit seine junge Frau gestorben und darüber war er nun sehr betrübt. Wenn er so einsam durch Stube, Kammer und Küche ging, meinte er immer, dass ihm seine liebe Frau begegnen müsste und weil er sie auf diese Weise Tag und Nacht nicht mehr aus seinen Gedanken verlor, hielt er es im Haus nicht mehr aus und streifte oft tagelang draußen im Walde umher. Er wusste wohl, dass er nicht allein bleiben konnte, sondern wieder heiraten musste. Aber er sorgte sich ab und zweifelte daran, ob er noch einmal eine Frau finden werde, die er ebenso lieb haben könne wie seine Erste. Als er eines Tages wieder so in Gedanken dahin ging und immer tiefer in den dunklen Wald hinein geriet, fand darin einen alten Mann, der über ein Buch gebeugt am Tische saß und las. Der Alte begrüßte ihn freundlich und fragte, was ihn hierher in seine Waldhütte führe. Da klagte ihm der Jäger sein Leid, dass er seine Frau verloren habe und nun so einsam lebe und nicht wisse, ob er noch einmal so glücklich sein werde. Aus dieser Not wird dir wohl zu helfen sein, sagte der Greis. Über eine kleine Weile werden drei weiße Schwäne geflogen kommen und sich in der Nähe der Hütte niederlassen. Betrachte sie dir genau, sie werden dann zum Weiher fliegen und ehe sie ins Wasser gehen, ihre Federkleider ausziehen und ans Ufer legen. Sobald sie draußen auf dem See schwimmen, musst du dich heimlich heranmachen und unbemerkt eines der Schwanen Kleider nehmen und damit hierher kommen. Kaum hatte der Alte dies gesagt, kamen drei schneeweiße Schwäne dahergerauscht, ruten eine Weile aus und flogen dann weiter zu dem benachbarten Weiher. Als sie aber ihre Federkleider abgelegt hatten, waren sie in drei wunderschöne Jungfrauen verwandelt, stiegen ins Wasser und schwammen weit hinaus in den See. Da schlich nahm heimlich das Kleid des einen Schwans und brachte es dem Alten in die Hütte. Unterdessen waren die drei Schwanenjungfrauen wieder ans Ufer gestiegen. Aber nur noch zwei fanden ihre Feder Gewänder und konnten sich wieder in Schwäne zurück verwandeln. Die dritte aber musste zur Waldhütte und dem Jäger, der ihr Kleid an sich genommen hatte, in sein Haus folgen. Dort gefiel es ihr recht wohl. Sie blieb bei ihm und wurde bald seine liebe Frau. Ehe der Jäger aber damals von dem alten Mann in der Waldhütte Abschied nahm, hatte der ihn gemahnt, das Schwanenkleid gut zu verstecken. Das wird mein erstes sein, wenn wir nach Hause kommen und ich will es so gut verwahren, dass keines Menschen Auge es entdecken wird, hatte der Jäger geantwortet. Nun lebte er schon viele Jahre lang froh und glücklich mit seiner Frau und den drei Kindern, die sie ihm schenkte. Eines Morgens aber, als er wie immer in den Wald ging, hatte er unbedachterweise den Schlüssel in der Truhe stecken lassen, darin das Schwanenkleid verborgen lag. Dort fand es sein Weib, das schon oft danach gesucht hatte, gedachte der Zeit weit fort über den großen Wald. Als der Mann am Abend heimkam, war seine Frau verschwunden. Er mochte suchen und rufen, solange er wollte. Sie war nirgends aufzufinden und auch die Kinder wussten nicht, wohin ihre Mutter gegangen war. Da begab sich der Jäger wieder in den fernen Wald zu dem alten Mann und klagte ihm sein Unglück. Du hast das Schwanenkleid nicht gut verwahrt, sagte der Greis. Sie hat es gefunden und ist damit fortgeflogen. Ach, fragte der Jäger traurig, ist es denn gar nicht möglich, dass ich sie wieder bekomme? Möglich ist es wohl, sprach da der Alte. Aber jetzt ist es gefährlich, sie zu erlangen. Es kann dir leicht das Leben kosten. Was gilt mir mein Leben ohne meine liebe Frau? sagte der Jäger. Gut, sprach darauf der Greis. So will ich dir meine Hilfe nicht versagen. Du musst zuerst versuchen, in das Schloss zu gelangen, in dem deine Frau jetzt wohnt. Das wird am besten so gehen. Sie hat im Stalle ein paar Esel, die jeden Tag in der Mühle im Tal drunten Mehl holen. Geh also zu dem Müller und bitte ihn, dich in einen Mehlsack zu stecken und den dann einem der Esel aufzuladen. Bist du einmal im Schloss, so ist das Gröbste gewonnen. Das weitere wirst du dann schon von deiner Frau erfahren. Der Jäger dankte dem alten Mann von Herzen und begab sich darauf in die Mühle. Für ein gutes Trinkgeld steckte ihn der Müller gern in einen Mehlsack und so gelangte er nun auf dem Rücken eines Esels wohlbehalten in den Burghof hinauf. Dort stellte der Knecht den Sack in eine Ecke nahe beim Eingang zum Schloss Gebäude. Als es dämmerte und im Hof immer ruhiger wurde, dachte der Jäger, er werde nun unbemerkt aus dem Sack schlüpfen können, kroch also leise und vorsichtig daraus hervor und seiner Frau geradewegs vor die Füße. Sie hatte den großen Sack von ihrem Fenster aus gesehen und wollte eben nachschauen, was Besonderes darin war. Wie freute sie sich da, als sie so unerwartet ihren Mann wieder sah. Und auch der Jäger war überglücklich, schloss sie in die Arme und küsste sie. Liebe Frau, bat er, komm wieder zurück zu mir und deinen Kindern. Wie gerne wollte ich das, leicht sein. Ehe wir glücklich miteinander leben können, musst du die drei Drachen dieses Schlosses besiegen. Drei Tage hintereinander werden sie dir in immer wieder anderen Gestalten entgegentreten und dich quälen und bedrohen. Sprichst du nur ein einziges Wort, so werden sie dich umbringen. Wenn du aber aushältst, ohne einen Laut von dir Jäger voller Freude und Zuversicht die Liebe zu dir wird mich so stark machen, dass mir selbst die bösen Drachen nichts anhaben können. Am ersten Tag krochen drei große Schlangen auf den Jäger zu und wandten sich ihm um Beine und Leib, sodass er sich nicht mehr rühren konnte. Sie zischten ihn mit böse funkelnden Augen an und drohten ihn mit ihren giftigen Zähnen zu beißen. Weil er sich aber nicht fürchtete und alles ohne einen Laut von sich zu geben ertrug, hatten sie keine Macht über ihn, ließen von ihm ab und verschwanden. Am anderen Tag hüpften drei riesige Kröten gegen ihn an und bespielen ihn mit feurigen Kugeln. Obwohl diese Pein schier nicht zum Aushalten war, nahm er doch seine Kraft bis aufs Letzte zusammen und verbiss schweigend alle Schmerzen. Da mussten endlich auch die Kröten aufhören ihn zu quälen und machten sich davon. Am dritten Tag aber stürzten sich drei ungeheure beflügelte Drachen auf den Jäger und nahmen ihn frei in ihre weit aufgesperrten Rachen. Da wurde ihm heiß und bang und er meinte das Grausen und Quälen nicht länger ertragen zu Frau ertrug erst doch. Und als die dritte Probezeit um war, standen plötzlich an Stelle der drei Drachen drei schöne Frauen vor ihm. Das waren die drei verwunschenen Schwanenjungfrauen, die er jetzt alle miteinander befreit hatte. Nun war der Jäger froh, dass er seine Frau wieder hatte und auch sie war glücklich und weinte vor Freude, als behielten auch die beiden Schwestern bei sich und lebten in Frieden und Freude bis an ihr Ende. Flashline Tu deine Pflicht Es war einmal ein Müller. Der konnte auf seiner Mühle nicht vorwärts kommen. Er mochte arbeiten und sich anstrengen, so sehr er wollte. Das war wohl sonderbar, aber es brauchte einen nicht Wunder nehmen. Denn erstens gehörte die Mühle nicht ihm, sondern dem Grafen, dem er hohen Pachtzins dafür zahlen musste, und zum anderen brachte der Mühlbach oft so wenig Wasser, dass das Rad still stand und also auch die Mahlpfennige recht dünn und spärlich flossen. Dadurch war der Müller allmählich so arm geworden, dass er schon seit mehreren Jahren nicht imstande war, das Pachtgeld zu bezahlen. Der Graf aber drängte immer unwilliger und drohte zuletzt ihn aus der Mühle zu vertreiben, wenn er binnen drei Tagen nicht seine Schuld beglichen habe. Dann nahm der Müller in der Not seine einzige Kuh und führte sie in die Stadt, um sie auf dem Markt zu verkaufen. Wie er nun so bekümmert mit der Kuh durch den Wald zog, kam auf einmal ein Männlein mit grauem Runzel Gesicht daher und fragte, was ihm denn fehle, dass er so traurig sei. Der Müller, der ohnehin ein freundlicher und leutseliger Mann war, fasste gleich Zutrauen zu dem Männchen und erzählte ihm alles, was ihn bedrückte. Da sprach das Männlein, Ich will dir die Kuh abkaufen, ich gebe dir dieses Fläschlein dafür, wenn du das auf den Tisch stellst und sprichst, Fläschlein, tu deine Pflicht, so wird es dir gewiss an nichts mehr mangeln. Der Müller wollte aber nicht recht, war ängstlich und meinte, ach, was wird meine Frau sagen, wenn ich statt Geld dieses Fläschlein heimbringe? Ei, versetzte darauf das Männlein in ärgerlichem Tone, wie magst du dich noch lang besinnen? Geld möchtest du heimbringen? Weißt du denn überhaupt, ob du deine Kuh da lebendig auf den Markt bringst? Da fürchtete sich der Müller, weil er die Worte für eine Drohung hielt und gab dem Männlein die Kuh für das Fläschchen. Kaum war der Tausch geschehen, versank das Männlein mit der Kuh in der Erde und war nicht mehr zu sehen. Der Müller stapfte eilends nach Hause, stellte das Fläschlein auf den Tisch und sprach Fläschlein tu deine Pflicht. Da war auch schon im Augenblick der Tisch mit goldenen Schüsseln voll herrlichster Speisen gedeckt. Voller Freude rief er seine Frau herbei und die schlug vor Verwunderung die Hände über dem Kopf zusammen. Ja Mann, ja vergaß beinahe sich an den gedeckten Tisch zu setzen und sich's schmecken zu lassen. Am anderen Morgen machte der Müller sich auf den Weg in die Stadt, verkaufte die goldenen Schüsseln und erhielt so viel Gold dafür, dass er mit einem Mal ein reicher Mann war. Gleich ging er aufs Schloss und bezahlte seine Schulden. Der Graf wunderte sich sehr darüber, dass der Müller so schnell den Pachtzins beisammen hatte. Er sah ihn misstrauisch an und sagte, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Wie kommst du auf einmal zu dem vielen Geld? Der Müller wollte es lange nicht sagen, musste aber zuletzt doch die ganze Geschichte erzählen, wie ungern er's auch tat. Verkaufe mir das Fläschlein, sagte da der Graf. Ich gebe dir einen Beutel voll Dukaten dafür. Doch der Müller wollte und wollte es nicht hergeben. Als ihm aber der Graf zuletzt nicht nur die Mühle, sondern auch sein schönes Schloss für das Fläschchen bot, konnte er nicht mehr länger widerstehen und gab es ihm. Sobald aber der Graf das Fläschchen in der Hand hatte, sagte er, Lass dir nur nicht träumen, dass du das Schloss bekommst, das Schloss bleibt mein, du hast an der Mühle genug, die kannst du meinetwegen behalten. So also war der gute leichtgläubige Müller betrogen worden. Nun hatte er zwar von dem Erlös für die goldenen Schüsseln noch ein gutes Sümmchen übrig, weil aber die Mühle wieder einmal ohne Wasser war und ihm darum nichts eintrug, war das Geld bald verbraucht und er geriet wieder in bittere Armut. In dieser Not wollte er eines Tages seinen Freund besuchen und ihn bitten, ihm doch etliche Thaler zu leihen. Als er so betrübt und allein im Wald dahin wanderte, stand plötzlich wieder das Männlein vor ihm und fragte, was er auf dem Herzen habe. Da erzählte er, wie es ihm ergangen war und wie der Graf ihn betrogen und ins Nimm dies Fläschlein, es wird dir zu jenem Ersten wieder verhelfen. Sobald du sprichst, Fläschlein, tu deine Pflicht, kommen drei Kerle daraus hervor und zerschlagen alles, was ihnen in den Weg kommt und hören nicht eher auf, als bis du sagst, Fläschlein, du hast deine Pflicht getan. Der Müller bedankte sich und machte sich spornstreichs auf den Weg zum Schloss. Herr Graf, ich habe wieder ein solches Fläschlein und seine Zauberkraft ist noch größer. So verkündete er voller Freude und schwang das Fläschlein mit erhobener Hand. Da strahlten die tückischen Augen des Grafen und er lud den Müller freundlich zum Dableiben ein. Dann ließ er die Diener Essen und Trinken auftragen und bewirtete ihn aufs Beste, denn er gedachte ihm auch das zweite Fläschlein abzulocken. Als sie gegessen und getrunken hatten und der Graf wieder von dem Fläschlein zu reden anfing, fragte der Müller, soll ich es zur Probe einmal seine Pflicht tun lassen? Ja, zeig mal, was der kleine Flaschenkobold kann, rief der Graf. Gerne, zu Diensten, Herr Graf, sagte der Müller und schmunzelte dabei. Also, mein Fläschlein, tu deine Pflicht! Im Augenblick hüpften drei wilde Kerle daraus hervor und schlugen so wetterlich auf den Grafen los, dass er weh und ach schrie und den Müller um Gottes Willen bat, ihn doch zu verschonen. Hast meine auch nicht geschont und mich dazu noch um das Fläschlein betrogen? entgegnete der Müller und ließ die in dem das Fläschlein versteckt war und der Müller schob es in die Tasche und entfernte sich. Die drei Kerle aber ließ er so lange weiter zuschlagen, bis der Graf keinen Schnaufer mehr tat und das ganze Schloss nur noch ein Trümmerhaufen war. Dann sprach er Fläschlein, du hast deine Pflicht getan. Und sogleich wurden die drei Spießgesellen ganz klein und krochen wieder in das Fläschlein zurück. Nun war der Müller froh, dass er das erste Zauberfläschchen wieder hatte und sprach jeden Tag zu ihm Fläschlein tu deine Pflicht. So gleich stand an der Tisch voll goldener Schüsseln, die mit den köstlichsten Speisen gefüllt waren. Die ließ er sich munden, verkaufte dann die Schüsseln an einen Goldschmied in der Stadt und wurde in kurzer Zeit ein steinreicher Mann. Darauf baute er sich ein schönes Schloss und weil er dachte, dass er nun Schätze genug habe, mauerte er das Fläschlein in den Grundstock ein. Das zweite Fläschchen aber, in dem die drei wackeren Gesellen verborgen waren, trug er immer bei sich, damit es ihm jederzeit aus aller Not und Gefahr helfen konnte. Die geraubte Königstochter Es war einmal ein reicher und mächtiger König. Der hatte eine einzige Tochter und die war so schön, dass selbst die zarteste Rose, der weiße Schnee und der blaue Himmel vor ihrer Schönheit verblassten. Wenn sie aus dem Schlosse in den Garten heraustrat, dufteten alle Blumen lieblicher und die Vögel sangen ihr zu Ehren wie aus goldenen Kehlen. Eines Tages aber, als die Prinzessin bei der Quelle im Park saß und mit ihrem goldenen Balle spielte, brach plötzlich ein Drache aus dem Walde hervor, fasste die Jungfrau mit seinen Krallen und entführte sie weit übers Meer in seine Höhle. Nun hielt er sie schon fünf Jahre dort gefangen und hundertmal schon hatte er sie gefragt, ob sie seine Frau werden wolle. Doch ihr graute davor, wie sehr er sie auch bat und sich um sie bemühte. Neben vielen anderen Kostbarkeiten, mit denen er ihr Herz zu gewinnen suchte, schenkte er ihr auch drei prachtvolle Kleider, die herrlichsten, die es auf der Welt gab. Auf dem einen war die Sonne abgebildet, auf dem anderen der Mond, auf dem dritten die Sterne. Aber auch damit ließ sie sich nicht verlocken, das Weib des Drachen zu werden. Eines Tages, es waren gerade sieben Jahre um, verirrte sich ein wandernder Schneider Geselle in dieser Gegend und war sehr erstaunt, als er die schöne Frau ganz allein in der Drachenhöhle antraf. Er fragte, ob sie sich auch verirrt habe wie er. Da schüttelte sie traurig den Kopf und erzählte ihm, wer sie sei und wie sie hierher in diese einsame düstere Felsen Wildnis gekommen. Oh, wär ich doch aus den Klauen des bösen Drachen und wieder daheim auf dem väterlichen Schlosser, klagte die Prinzessin. Wir wollen miteinander fliehen und deine Heimat suchen und ich will dich beschützen bei Tag und bei Nacht gegen alle Not und Gefahr, die dich bedrohen könnte, sagte er voller Freude und versprach ihm, seine Frau zu werden, wenn er sie glücklich wieder in ihres Vaters Schloss zurückbringe. Nun passten sie auf, zu welcher Zeit der Drache am längsten ausblieb und als sie das herausgefunden hatten, flohen sie eines Abends miteinander in aller Heimlichkeit. Der Schneider hatte die drei schönen Kleider der Prinzessin in seinen Ranzen gesteckt und so wanderten sie nun eilig dahin, bis sie sicher waren, dass der Drache sie nicht mehr einholen werde. Jetzt endlich gönnten sie sich Ruhe, legten sich im Walde nieder und schliefen ein. Ihre Müdigkeit war so groß, dass sie erst am Morgen des übernächsten Tages wieder erwachten. Nun aber schritten sie rüstig aus und gelangten weiter rauf an den Strand des Meeres. Dort lag gerade ein kleines Schiff vor Anker. Das hatte allerhand Waren geladen, die es nach jenem Land bringen wollte, in dem der Vater der Prinzessin König war. Aber als das Schiff eine Tagereise weit draußen auf dem Meere schwamm, erhob sich ein so gewaltiger Sturm, dass es gegen eine Felseninsel getrieben wurde und zerschellte. Nur wenige Menschen, darunter auch die Prinzessin, ein fremdes Schiff vorüber fuhr, nahm es die Verunglückten auf und brachte sie wohlbehalten in den sicheren Hafen. Die Königstochter konnte sich aber über ihre Rettung doch nicht freuen, war vielmehr betrübt und traurig in ihrem Herzen, denn sie dachte nicht anders, als dass der gute Geselle im Meer ertrunken sei. Doch auch er war mit knapper Not mit dem Leben davon gekommen. Er hatte sich an den Balkentrümmern des gesenkten Schiffes festgehalten, war tagelang von den wilden Wogen umhergetrieben und endlich völlig ermattet an ein fremdes Ufer gespült worden. Ein alter Fischer nahm ihn in seine Hütte auf, gab ihm zu essen und beherbergte ihn eine Woche lang. Dann wies er ihm den Weg in die große Stadt, die eine Tagereise entfernt ging, sah er von einem Hause das Zunftschild eines Schneiders hängen. Da bekam er plötzlich wieder Lust zu seinem Handwerk, fragte bei dem Meister um Arbeit nach und wurde gleich als Geselle eingestellt. Kaum war er ein paar Wochen hier, da hörte er eines Feierabends einen Herold in den Straßen ausrufen, dass der König demjenigen 10.000 Gulden bezahlen werde, der seiner Tochter binnen drei Monaten drei Kleider zu liefern vermöge, auf denen Sonne, Mond und Sterne sich spiegelten. Da fiel dem Schneider Gesellen ein, dass er ja noch die drei Kleider der Prinzessin in seinem Ranzen habe und mit ihnen den Beutel voll Gold werde verdienen können. Doch ach, dachte er im Stillen bei sich, nun wird eine andere die drei kostbaren Kleider tragen, mag sie gleich auch eine Königstochter sein, so ist sie doch nicht die allerschönste und liebste, die nun schon lange auf dem kühlen Meeresgrunde ruht. Er ging aber doch zu seinem Meister und sagte, er könne die drei Kleider für die Tochter des Königs machen. Darüber war der Meister sehr erfreut, meldete dem königlichen Kanzler, dass er mit seinem Gesellen die Kleider anfertigen wolle und erhielt gleich tausend Gulden im Voraus. Die gab er dem Gesellen, damit er sich alles kaufen könne, was er nötig habe. Ja, sagte der, Geld ist dazu schon nötig und nicht wenig und nahm die tausend Gulden mit Dank an. Weil ja aber die Kleider schon fertig waren, konnte er die Goldvögel fliegen lassen, wie und wohin es ihn beliebte, ging also ins Wirtshaus, aß und trank mit seinen Freunden nach Herzenslust und fuhr zu jeder Tages- und Nachtzeit in einer vornehmen Kutsche in der Gegend umher. Als der erste Monat beinahe vergangen und weit und breit noch nichts von einem Kleide zu sehen war, wurde dem Meister Angst und Bange. Er stellte darum den Gesellen zur Rede und sagte, Übermorgen soll das erste Kleid fertig sein und du hast noch keine Nadel eingefädelt. Weißt du, dass es uns den Kopf kostet, wenn das Kleid nicht rechtzeitig abgeliefert wird? Der aber gab zur Antwort, ich kann nur bei Nacht, wenn ich Wein getrunken habe, an dem Kleid arbeiten und darum muss ich den Tag über ins Wirtshaus gehen und in der Kutsche fahre ich nicht zum Vergnügen, sondern um Sonne, Mond und Sterne zu betrachten, damit ich sie schön und naturgetreu wiedergeben kann. So ist das Meister und dreinreden lasse ich mir nicht. Basta! Am anderen Morgen aber übergab er dem Meister das erste Kleid, auf dem die Sonne dargestellt war. Der bewunderte und lobte die schöne Arbeit und trug sie eigenhändig ins Schloss hinauf. Als die Prinzessin das Gewand sah, erkannte sie im Augenblick das Kleid, das der Drache ihr einst geschenkt hatte und bat den Meister ihr auch das zweite bald abzuliefern. Darauf erhielt er vom Schatzkanzler wieder tausend Gulden ausbezahlt als Vorschuss für das zweite Kleid. Der Meister gab das Geld dem Gesellen und der machte es kein Haar anders als das erste Mal. Er verjubelte es bis auf den letzten Groschen. Der Monat war gerade wieder zu Ende, als er endlich dem Meister das zweite Kleid übergab, das wie der Mond schimmerte. Diesmal freute sich die Prinzessin noch mehr, nahm den Meister beiseite und fragte ihn, habt ihr selber dieses Kleid gearbeitet? Da wurde er unsicher, und konnte doch die richtigen Worte nicht finden. Redet die Wahrheit Meister, denn sie wird mir, der Tochter des Königs, doch nicht verborgen bleiben, fuhr sie fort. Und da gestand er ihr, dass er vor einem Vierteljahr einen wandernden Gesellen bei sich aufgenommen habe. Der habe die beiden Kleider angefertigt, ganz allein und ohne dass er ihm dabei hätte zusehen können. Da ließ ihn und tausend für den Gesellen und verlangte, dass das letzte Kleid der Geselle selber aufs Schloss bringen solle. Der Monat ging wieder dahin mit Trinkelagen, Festen und Spazierfahrten und am letzten Tag machte sich der Schneider Geselle auf den Weg zum Schloss und überbrachte der Königstochter das Sternenkleid. Kaum hatte er einen Schritt über die Schwelle ihres Gemachs getan, so hatte die Prinzessin ihn auch schon erkannt, fiel ihm um den Hals und küsste ihn und weinte vor Glück und Wiedersehensfreude. Sie führte ihn zu ihrem greisen Vater, erzählte ihm, wie er sie einst aus der Höhle des Drachen befreit und wie sie einander auf dem wilden Meere verloren und längst für tot gehalten hätten. Nun aber hatten sie sich wieder gefunden, über das ganze große Reich.